Hallo und herzlich willkommen bei Blendeauf.eu. Mein Name ist Martin Blume. Und ich bin Julia M. Bacher. Und gemeinsam erstellen wir Imagefilme und Porträts. Was ist ein Imagefilm? Ein Imagefilm ist angesiedelt zwischen einem kurzen Werbespot und einer Reportage. Er soll dazu dienen, dass der Kunde bereits eine Beziehung zu ihrem Unternehmen aufbauen kann. Sie können ihr Unternehmen präsentieren. Der erste Eindruck ist der wichtigste. Zudem gibt es zwei Aspekte. Menschen schauen gerne Videos und verweilen durch den Imagefilm länger auf ihrer Homepage. Das wiederum bemerkt Google. Google liebt Videos und stuft sie im Ranking höher ein. Ihre Homepage wird besser gefunden. Sie gewinnen mehr Kunden. Unsere zweite Leidenschaft, die Porträts. Wir lieben es, schöne Bilder von Menschen zu machen. Wir lieben das Lächeln in den Gesichtern der Modelle, wenn sie schöne Fotos von sich sehen. Richtig. Und jetzt zu guter Letzt noch ein bisschen was zur Navigation auf unserer Seite. Hier unten im Menü finden Sie unsere Social Medias. Facebook, Twitter, Xing, YouTube. Wir sind überall vertreten. Werden Sie gerne Fan von uns. Und hier oben in der Hauptnavigation finden Sie eben alles zum Thema Imagefilme, auch Beispiele und zur Porträtfotografie. Die schönsten Bilder. Immer ein sehenswerter Moment. Genau. Auch mit unseren Preisen sind wir da ganz offen. Die finden Sie natürlich auch dort. Und ganz aktuell neu eingerichtet unser Blog. Ja, mit den interessantesten Artikeln zur Technik. Zur Porträtfotografie. Zu den Imagefilmen. Zur Suchmaschinenoptimierung. Und alles, was aktuell vorkommt. Genau. Wir nehmen da auch gerne Wünsche entgegen. Falls Sie irgendwas wissen wollen, fragen Sie uns gerne, kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns. Herzlich willkommen bei Blenderblenderauf.eu Blenderauf.eu